recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammen im spiel und ja ich begrüße den knolle hallo ich bin auch dabei wie immer vom damakash server wie immer wir müssen gucken dass wir steine haben um den turm fertig zu kriegen und hier habe ich schon welche gefunden haben wir schon gemacht eine steine steine hatte ich noch mal hier drin da fehlt kohle allerdings noch in dem zweiten ofen mit dem mittleren und in dem letzten ist kohle drinnen dann können wir die da rausnehmen und machen wenig noch und die da reinstecken so dann kann ich noch ganz viele steine und ich kann jetzt hier weil irgendwie kann ich mich jetzt nicht daran erinnern ich habe doch ganz viele steine geholt oder habe ich schon alle verbaut wie groß ist der turm mittlerweile jetzt kriege ich wieder nicht hin die steine richtig zu verteilen wir haben ja schon ganz hoch gebaut das film jetzt geht halt wieder so ein 64 16 16 haben wir da wo sind denn die anderen da das war ja sehr hoch also von hier sieht sehr hoch aus aber wenn man da man außen ist dann das ist nicht so groß oder was gut dann gehe ich mal gucken dass wir die wände weiter kriegen wie viel steine hast du jetzt 128 und ein bisschen mehr ach weiß ich nicht genau wie viel wieso gehst du dann auch ich wollte gucken dass ich hier aber da kann ich mich auch nicht so richtig weiter noch ein paar steine runter schmeißen hier ok wo brauchst du denn ich weiß einfach mal irgendwas runter kommt ist da hier ganz normal hier basteln habe ich noch 18 über ja ok was meine angst ja ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern wie wir das hier gebaut hatten ach so da wir sind schon über diese begrenzung des daches hinaus alles klar ja wir sind schon hoch hinaus ok da kommt noch einer ok zurückfallen will ich nicht da müsste ich weiß jetzt gar nicht wie hoch wir noch wollen aber da ist ja schon mal immer was vorgebaut bei dem treppenhaus ne oh Gott oh Gott Mann jetzt jetzt wirds nochmal schlimmer was wird schlimmer oh das Deck ist leer dass ich mich hier verbauere so Steine leer alle weg schon wieder ja eine nur irgendwie 30 ok ich hab noch 40 hast du noch welche ne nur noch 40 ok das heißt die kann ich hier alleine verbauen wir müssen schon wieder für Nachschub dann sorgen mhm essen hat dich hier letztes mal gegeben ne ich glaube ja klappt ich schmeiß die ganze sachen weg wo waren das nochmal wo war hier hier unten gefunden beinahe wäre ich runter gefahren aber nochmal und ein Stein fehlt mir dass ich die Wand zumachen kann super ok dann da nicht jetzt muss ich mal gucken wie ich hier runter komme geht das da ich glaube ja oder ne geht doch nicht da da fehlt auch noch ein Stein ok ok wenn wir dann einen sandigen Weg wählen da 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 geht so nicht und da so Treppe runter geht von innen auch wunderbar so Tür auf Tür zu jetzt müssen wir noch Steine wieder abbauen oder wie war das? ja ich bin grad dabei bist schon dabei ok hier in der Mitte also noch ein paar wir brauchen auch Kohle Kohle schwierig ne hier ging es rein oder? ist noch was ausgehöhlt hier schon da noch was wegnehmen ich guck mal grad ob ich irgendwo Kohle finde ok du wirst jetzt auch hier ok ja ich bin grad hier auch am buddeln ah komm mal nicht hoch ich komm da nicht hoch wahrscheinlich komm mal da ganz einfach hoch und ich bin so doof dafür ok Eisen hab ich gefunden hier unten Eisen brauchen wir ja gar nicht Eisen brauchen wir ja gar nicht Eisen brauchen wir ja gar nicht ne ich seh nichts wo gluckerts hier wieder ja das ist das Wasser das tropft drauf an der Decke ja ja ich hab Licht hm du bist grad ein Licht aufgegangen ja das soll so viel heißen dass ich jetzt mal woanders guck ob ich noch Polo finde oh jetzt ist die Fakul abgegangen ok das ist direkt nach der Kirche ok machen wir mal so brauchen wir mal hier und alles weg das heißt wenn man wenn irgendjemand so böse ist und die Mauer nach Bordern fällt da durch ok aber Kohle finde ich jetzt nicht so direkt oh da ist Lava oh nicht schlagen also müssen wir etwas vorsichtiger arbeiten ne ja wenn du mich jetzt nicht schlägst ist dann ist ok ja bin ja jetzt an der anderen Seite ne ok da geht's drauf zu Lava wir können ja auch einen Eimer nehmen und dann in den Ofen jetzt die Lava rein tun ne naja da muss man irgendwie runter kommen dass wir das hinkriegen ja da kann man anbauen ok ich brauche lieber noch mal einen weiter ich brauche noch lieber noch mal einen weiter kriegst du was hin da unten runter zu kommen naja ich bin doch schon dann guck doch ok naja steine brauchen wir ja auch bis verbrannt wieso ist denn da ein Stein weg ok deswegen war das da auch so hell so so jetzt haben wir hier eine schöne gerade Fläche wenn man zur Lava kann ok hier geht's doch raus ne oder? nö doch nicht falscher Weg wo geht's denn raus da? sieht so aus da ist was grünes so das wird erstmal genug sein dass man da runter kann ob wir nehmen lieber noch einen weiter naja ich hab genug Stacks erstmal hier so das sollte jetzt aber jetzt wirklich reichen kann man da ohne Gefahr hier lässt hier halbe Steine liegen ja ich hab das dann so reinverliegen lassen genau das ist ja nicht so wichtig da ist ja nicht so dass man das bräuchte ach da unten sind 26 das sind zu wenig dann kann ich ja noch was abbauen hast du Lava geholt jetzt? ne ne ich guck mal ob wir noch einen Eimer haben irgendwo warte mal hab ich einen Eimer ich hab einen Eimer na nimm das nochmal mit weißt du willst mir was erzählen hier vom Weg mitnehmen aber selber den Eimer haben ich dachte du hättest auch einen Eimer ne mir ist nicht schlecht ok ist egal wo ich wegnehme ja nimm mal am besten am Anfang weg hier werf's mir zu dann kann ich das nach oben bringen hinter dir ach ist denn die Öfen ne dann bräuchte ich Spitzhocker ok da soll doch warte wo ist sie runter meine Spitzhocker ist kaputt hinter dir liegt ein ok cool ich nehme jetzt mal hier noch den restlichen Dings aber hier vorne den Aufgang am Westen nicht abbauen welchen Aufgang? hober hoch gehen ne ja hier den Allstein den kannst du nur abbauen auf der Ecke warte ich muss gerade noch die Steine einsammeln diesen hier warte ich guck gleich da ja ich denke mal das ist schon so gut passt schon jetzt ist die Axt auch kaputt gut müssen wir gucken ob wir das hinkriegen ich hab zwar jetzt nur 59 in dem Stack aber passt schon oder? da noch ein bisschen rein ich hab 52 Steine ich geh da mal wieder ein bisschen weiter bauen ja ich muss oben lang ach der Stick ist auch voll da ok ne ich muss unten lang bin ich drauf da unten geht es noch oben noch einer gekommen da ist jetzt keine Kohle mehr drinnen und das ist aber egal der Kaste keine Kohle mehr drinnen da ist jetzt Lava dran genau der Eimer hast du noch ne? ne da liegt der 2. Ophi ok ach so ach hier hinten war auch ein Lavasee das heißt wir haben 2 ok ich hab jetzt noch 16 Steine dafür ok ok jetzt ruckeln wir hier uns hoch ich muss schon wieder dunkel werden und ins Bett gehen können ne? und dann sollten wir vielleicht sowieso voll gut gucken ne? da hab ich keinen Steine mehr ich hab den schnellen Weg nach unten zum Bett genommen ok ich hab den schnellen Weg nach unten zum Bett genommen gut und schon wieder leer ok dann geht es hier runter jup da hinten durch die Tür und dann geht es ins Bett gut bin ich drinnen Knuller auch und der Tag fängt wieder an gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid bis dann Tschüß auf Vielen Dank.